Das ist nix. Wow. Ja, die habe ich ja auch bestellt. Hallihallo Hallöle und herzlich willkommen zu meinem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hier erfüllt hast. Ich habe gerade ein lustiges YouTube-relevantes Interview hinter mir, wo ich so ein bisschen von meinem Content erzählt habe und habe direkt danach ein Paket abgeholt. Also genauer gesagt zwei, denn nur für euch. Ist auch immer geil, wenn ich das sage, ne? Habe ich nur für euch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber ich habe bei Pink Panda bestellt. Und ich habe zwei Mal bei Pink Panda bestellt, weil ich zwei von diesen Mystery-Boxen haben wollte. Und also die hier war umsonst, weil ich einen gewissen Warenwert hatte und die habe ich für ein Zehner bekommen. Sieht ein bisschen zerstört aus, kam in solchen Umschlägen hier. Pink Panda hat früher auch mal einen richtig schönen Boxen verschickt, muss ich mal sagen. Und die hatten richtig niedliche Boxen. Aber egal. Zusätzlich habe ich mir noch ein paar andere Sachen bestellt. Genau, weil ich so ein paar Sachen ausprobieren wollte und ich ja auch noch ein bisschen dabei bin, Fullface für bestimmte Sachen zu machen. Genau, und das gucken wir uns jetzt an, was ich mir so bestellt habe. Und da erzähle ich euch ein bisschen was dazu und was ich mir dabei so gedacht habe und so weiter und so fort. Und natürlich die Mystery-Boxen, die interessieren uns ja eigentlich am meisten, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, hi, ich bin Sassi und ich packe hier Beauty-Boxen aus. Ich zeige dir meine Hauls. Ich mache hier Schminkis. In meinen Shorts findest du jede Menge Tipps und Tricks und Anwendungssachen. Folge mir also sehr gerne und werde Teil meiner kleinen niedlichen Community, denn mit 300 Abos sind wir hier noch ganz klein und süß. Ich freue mich über jeden Kommentar, den du hinterlässt. Und natürlich auch über jeden Däubchen nach oben und wie gesagt, jedes Abo, wenn es dir gefällt, dann darfst du auch gerne die Glocke aktualisieren. Wollte ich abonnieren, die Glocke aktivieren fürs Abo, Menschenskinder. So, jetzt fangen wir mal mit den Sachen an, die ich mir zusätzlich bestellt habe und am Ende zeige ich dir die Box. Ja, wir müssen ja ein bisschen so. Ich habe mir bestellt, weil ich euch demnächst ein Fullface-Nix machen werde. Wenn alles klappt, vielleicht im nächsten Monat oder übernächsten Monat, habe ich mir ein paar Nix-Produkte bestellt. Genau, dann zeige ich euch erstmal, ich habe von Nix tatsächlich nur drei Sachen bestellt, weil ich tatsächlich relativ viel von denen schon da habe. Was ich aber noch nicht da habe, waren Augenbaumprodukte. Und deswegen habe ich einmal den Nix Tinted Brow Mascara bestellt. Ich habe hier die Farbe Brunette. Brunette, genau. Jetzt lasst mich es doch ein bisschen mit dem Licht. Und den Nix Micro Brow Pencil Crayon, den habe ich in der Farbe Taube bestellt. Also, na, so zeige ich euch mal. So ein typischer Micro Brow. Genau, bin ich auch sehr gespannt, weil Nix gehört ja schon zu den Produkten, die echt teuer sind, aber auch teilweise echt toll. Also, das muss man wirklich sagen. Und ich habe das Can't Stop One Stop Mattifying Powder in Transparent mir noch bestellt. Und ich glaube, jetzt müsste ich nämlich alles haben, was ich für ein Full Face brauche. Ich habe alles für ein Full Face. Das kommt dann, ja, entweder nächsten oder übernächsten Monat. Muss ich mal schauen. Aber theoretisch könnte ich das, glaube ich, für nächsten Monat drehen. Ihr wisst ja, einmal im Monat zeige ich euch hier ein Full Face Drogeriemarken. Und, ähm, genau. So. Dann wisst ihr genauso, wie ich neue Marken liebe, liebe ich Revolution. Ich bin ein Riesenfan von. Es gibt immer wieder Produkte, die sind nicht so krass gut. Aber insgesamt ist Revolution eine echt tolle Marke. Und ich habe bei Sarah Isabel letztens in einem Video, die hatte sich mit einer Lidschattenpalette geschminkt, um die ich seit Monaten herum laufe. Und ich habe mir gedacht, brauche ich sie? Eigentlich nicht. Also braucht sowieso nichts, wenn es danach geht. Ich habe sie mir jetzt geholt. Und zwar ist die Rede von der Revolution mit Game of Thrones Palette. Und das ist aus der Forever Flores Reihe Winter is Coming. Und die ist halt wirklich im Blau. Und die Sarah Isabel hatte damit so einen schönen Look gemacht. Und oh mein Gott. Ja, ich liebe sie. Man kann natürlich auch echt, ach, diese Katzen, schöne nudige Töne machen. Aber hier ist halt, ne, also hier ist wirklich blau das Motto. Und es sind so schöne Schimmerfarben hier dabei. Oh mein Gott, ich freue mich richtig. Ja! Okay, das war schon mal ein guter Kauf. Aber das war tatsächlich nicht das Einzige, was ich von Revolution kaufe. Ich finde vor allem auch die Forever Flores Reihe so schön, weil die oft auch eben in diesem schönen Metallcover kommt. Nicht jede, glaube ich. Aber viele. Ja, Spiegel haben wir auch drinne. Es sind 18 Farben. Ich freue mich richtig. Ich habe heute ja auch einen blauen Look drauf, tatsächlich. Aber nicht mit der Palette, weil, wie gesagt, die habe ich vorhin jetzt abgeholt. Aber ich glaube, ich werde morgen nochmal ein blaues Oberteil tragen, damit ich die morgen vielleicht mal ausprobieren kann. Und werde sie euch vielleicht mal in einem Short mal zeigen. Ich habe tatsächlich nämlich auch eine Idee für... Ich habe auch eine Videoidee. Mal gucken, ob ich die mal schaffe, umzusetzen. Ich habe mir außerdem den Revolution Powder Blush bestellt aus der Blusher Reloaded Reihe. Und zwar die Farbe Ballerina. Also die haben ja immer dieses schlichte Packaging. Und der ist so schön. Das ist so eine schöne... Ja, kommt Leute. Also können wir jetzt nicht anders sagen. Das ist eine richtig schöne Farbe. Und der ist wirklich matt. Der hat keinen Schimmer drin. Also wenn ihr einen Matten sucht, Revolution. So, dann fand ich es sehr spannend. Revolution hat einen Magic Eye Bright Corrector rausgebracht in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier die Farbe Light to Medium. Soll glaube ich so ein bisschen auch in diese Richtung gehen. Ich versuche euch gerade mal... So ist glaube ich ganz gut. So sieht die Packung von vorne aus. Und ich dachte, na, ist das so ein Catrice Dupe? Oder Catrice hat das ja auch von, ich glaube... Ich weiß gar nicht, von welcher hochwertigen Marke. Aber so Packaging ist tatsächlich ähnlich zu dem von Catrice. Catrice ist das auch in so einem Töpfchen. Und ich wollte wissen... Ja, genau. Also haben wir hier auch so ein Pöttchen wie bei Catrice. Auch eher eine cremige Textur. Gut, dass ich gerade... Aber ich würde sagen, im Vergleich zu dem von Catrice ist es noch ein Stück cremiger. Und ich mache mir das jetzt gerade mal hier über meine blauen Äderchen auf meinem Handrücken. Weil ich glaube, damit kann man das ja am besten suggerieren. Ich würde behaupten, es ist auf jeden Fall ein bisschen... Ähm... Ihr seht jetzt vielleicht nicht so viel, aber hier ist so ein bisschen ausgeglichener. Gefällt mir vom ersten Blick gut. Auf jeden Fall richtig schön Brightening. Sehr ölig. So vom Gefühl her muss ja nicht unbedingt ölig sein. Aber... Also muss kein Öl sein. Aber fühlt sich so ein bisschen ölig an. Bin ich sehr gespannt, weil ich tatsächlich bei dem Anna Eye Brightener von Catrice das Problem habe, dass es dann immer so ein bisschen trocken bei mir wirkt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass das sich dann relativ gut noch mit dem Concealer verbindet. Weil das tut es bei dem Anna Eye Brightener nicht so optimal. Werde ich testen. Seht ihr bestimmt mal in einem YouTube Short oder auch mal in einem Video, wo ich es teste. Ich habe, wie gesagt, Videoideen habe ich. So, dann habe ich noch zwei, drei weitere Produkte bestellt. Und zwar einmal habe ich noch eine von Revolution Pro. Das ist ja so die hochwertige Reihe von Revolution. Den Foundation Mixer Illuminating bestellt. Also das soll man halt in seine Foundation reinmachen. Ihr seht das auch gefühlt gar nicht, weil es so hell ist. Und das Ringlicht natürlich jetzt noch dazu macht. Wir alle, oder zumindest ich, glaube auch diejenigen, die eine trockene Haut haben, lieben ja, wenn eine Foundation so ein bisschen glowy ist. Und das soll man mit diesen Dingern wohl hinkriegen. Und das werde ich auf jeden Fall testen, weil ich habe ein paar Foundations, die schön auf meiner Haut liegen, aber nicht so den Glow haben, den ich gern haben wollen würde. Und da bin ich bei dem Ding sehr gespannt. Und das letzte von Revolution, dann habe ich noch ein Pinselset bestellt, ist von Revolution Glow. Und zwar ein Fiximist mit Lichtschutzfaktor. Habe ich jetzt so semi als für den Lichtschutzfaktor auch geholt. Wie kriege ich das hin, das Ringlicht? Äh, muss ich doch so zeigen. Genau, SWF 30. Wir alle wissen, das ist kein Ersatz für einen richtigen Lichtschutzfaktor unter der Foundation. Aber ich dachte mir so on top einfach drauf, vielleicht auch tagsüber zum Auffrischen im Sommer. Könnte das vielleicht eine ganz gute Idee sein. Und ich will mal gucken, weil ich habe von Garnier dieses Over Makeup Sonnenschutzspray. Und das habe ich auf Kreta wirklich benutzt und das war so gut. Und ich wollte jetzt mal wissen, ob das quasi ähnlich ist. Nee, okay, das ist eine ganz andere Konsistenz. Ich sprüße mir mal kurz ins Gesicht. Na, obwohl... Oh, ist da viel Alkohol drin. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich, warum da ein Flammer steht. Oh, alter Schwede, ist da viel Alkohol drin. Nicht einatmen. Oh mein Gott. Alter Schwede. Okay, das muss Revolution unbedingt noch verbessern. Oh mein Gott. Ähm, es fühlt sich tatsächlich, wenn es... Also es ist im ersten Moment super flüssig. Und wenn es sich aber drauflegt, hat man doch so ein bisschen pudriges Gefühl. Ähnlich wie das Garnier des Liegendes macht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man hier so ein bisschen Mini-Schutz, um einfach nochmal so ein bisschen was aufzutragen tagsüber, wenn man eben sein Fullface hat. Aber eigentlich, man denkt, jetzt müsste ich nachsprühen. Ich glaube, es ist nicht gleichzusetzen mit dem von Garnier. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. gut lüften und nicht einhaben. Nein, das war gerade... Ich merke es auf der Zunge, voll widerlich. So, dann habe ich mir noch, damit ich mal ein bisschen aussortieren kann, weil ich habe echt ein paar Pinsel, die echt widerlich aussehen, von Mayani, glaube ich, heißt die Firma. Genau. Achso, und Pink Panda ist übrigens eine polnische Firma. Trotzdem liefern die relativ schnell. Genau, habe ich mir so ein Pinsel-Set bestellt mit so Make-up, also so ganz normalen Lidschattenpinseln. Hier sind 13 Stück drin. Und ich kann euch noch gar nichts zur Qualität sagen. Deswegen holen wir jetzt einfach mal einen raus. Und ich gucke mal... Ja, also so ein ganz schlichtes Design. Da ist auch die Schrift zu sehen. Ist natürlich Kunstfasern, Kunsthaar, aber fühlt sich jetzt erst mal so vom ersten Gefühl her ganz gut an. Ja, dann kann ich nämlich ein paar mal aussortieren, die ein bisschen nicht so schön sind. Genau. Und ja, war glaube ich jetzt auch nicht so teuer. Es war ganz viel im Angebot. Das weiß ich noch, dass ich an dem Tag auch... Also die Revolution-Palette zum Beispiel auch. Genau, Versand 3,90 Euro. Den zeiht ihr, glaube ich, immer. Ich glaube, da gibt es keinen... Ich weiß gar nicht, ob es da was gibt. Ich habe noch 50 Cent Versandversicherung offensichtlich bezahlt. Habe ich gar nicht angeklingt. Egal. Genau, auf alle anderen Sachen hatte ich tatsächlich Rabatte drauf. Und gerade bei Pink Panda, das ist wirklich das Gute. Könnt ihr ab und an auch so, ne, Marken wie Nix. Die haben auch manchmal echt gute Rabatten. Was uns aber viel mehr interessiert. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wie ich auch auf die Seite gestoßen bin. Durch ihre Mystery-Boxen und immer wieder so Gift-Boxen. Das einzige Negative, deswegen hatte ich auch zwei Bestellungen gemacht, weil ich zwei verschiedene Boxen haben wollte. Du kannst halt nicht mehrere von diesen Mystery- und günstigen Boxen in einer Bestellung machen, sondern du kannst diesen Code... Ich habe richtig, richtig weirde Finger. Also man merkt schon, dass man so ein bisschen was aufträgt an Sonnenschutz oder irgendwas in die Richtung. Du kannst pro Bestellung nur einen von diesen Codes nutzen. Ja, also ich konnte halt nicht diese zwei unterschiedlichen Boxen zusammen bestellen. Deswegen hatte ich das jetzt einfach aufgeteilt. Genau. Dann fangen wir mal mit der Valentines Mystery-Box an. Die sieht so aus. Die hat, glaube ich, nichts gekostet, oder? Genau. Die war umsonst, weil ich einen gewissen Warenwert überschritten habe. Da gab es wohl auch noch eine zweite. Die war aber an dem Tag, wo ich bestellt habe, schon ausverkauft. Und ich kann euch jetzt auch gar nicht mehr sagen, ob es die noch gibt. Ich versuche das möglichst zeitnah jetzt hochzuladen. Es gibt Mega-Boxen. Da seht ihr teilweise, was drin ist und es halt irgendwie nur... Da ist auch der drei-, vierfache Warenwert. Und dann gibt es halt solche Mystery-Boxen, gibt es immer wieder. So, ich sehe eins, zwei, ich glaube drei oder vier Produkte. Ich greife jetzt einfach mal wild rein. Das erste, was ich sehe, ist von I Love oder I Heart Revolution, das ein Midnight Unicorn, ein Glow-Highlighter. Packaging kriegt schon mal eine 10 von 10, da ist nämlich eine Einhorn drauf. Voll niedlich, auch so ein bisschen holo. Muss ich erst noch wieder hier aufmachen. Ah ja, also das geht in diese Richtung, die I Heart Revolution und Revolution generell sehr gerne fährt. Also das gleiche Packaging nur als Herz. Und dann haben wir hier drinnen... Oha! Ja, Leute, nee, der wird weitergehen, weil das ist überhaupt nicht mein Farbschema, was Highlighter angeht. Aber sehr schön. Aber den werde ich, glaube ich, mal weitergeben. Ihr seht, der ist so dreifach. Sieht aber sehr schön aus. Ich möchte den jetzt aber tatsächlich nicht swatchen. Da hat vielleicht jemand anders Freude dran. Schade, ist nicht meine Farbe. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich so ein bisschen gezögert hatte, mir die überhaupt zu bestellen. Weil ich manchmal das Gefühl habe, sie packen da auch so die Ausschussware rein. Und ob das der Fall ist, das gucken wir uns heute an. Erstes Produkt, Idee gut. Umsetzung halt nicht so richtig was für mich. Ich glaube, das ist eher was für dunklere Hauttypen. Weil so ein extrem goldener Ton steht mir persönlich zum Beispiel nicht. Ist meine persönliche Meinung. Nächstes Produkt ist ein Nagelart von Weibo. Das ist auch eine Make-up-Marke, eine polnische. Deep Neons. Ein orangefarbener Neon... Nagellack. Ich muss mal gucken, ob ich so einen schon habe. Ansonsten würde ich den behalten. Wenn ich so einen noch nicht habe. Für die Füße benutze ich das ja tatsächlich gerne. Das ist eine schöne Sommerfarbe. Grundsätzlich okay. Ihr wisst, an den Fingern trage ich immer Schillack oder Gel. Deswegen ist der dafür nichts. Aber an den Füßen trage ich inzwischen nochmal einen Nagellack. Weil das mir zu aufwendig ist, das mit... Dann abzufräsen oder zu soften. So. Also es sind vier Produkte hier drin. Wie gesagt, wir haben sie ja umsonst gefickt. Das nächste Produkt ist von... Ja, auch von Revolution. XX Revolution. Und zwar ein Supershine Lip Gloss. Die Farbe ist illegal. Okay, es steht zumindest nicht Plumping drauf. Das freut mich schon mal sehr. Dann machen wir den mal auf. Ach, der ist wieder zugeklebt. Dann gucken wir mal. Ihr wisst ja, ich mag Lip Glosse. Und ich glaube, das ist eine Farbe, die ich auch mag. Okay, ich würde ja fast sagen, dass das... Das ist ja krass deckend. So, ich packe mir den mal. Ist das wirklich ein Lip Gloss? Das sieht fast aus wie ein Liquid Lipstick. Aber gut, wenn er nicht trocknet, dann ist es natürlich ein Lip Gloss. Den könnt ihr definitiv solo tragen. Mega gute Farbe. Die wird definitiv bei mir bleiben. Sehr schön. Erinnert mich von der Konsistenz so ein bisschen an die Lifter Glosse von Maybelline. Die sind nämlich auch mega gut pigmentiert. Und die kann man quasi auch solo tragen. Wir gucken mal, wie der sich jetzt so in den nächsten Minuten auf meinem Handrücken verhält. Aber finde ich grundsätzlich gut. Ist jetzt so das erste Produkt, was mich richtig flasht. Weil, ja, der ist so semi. Und wie gesagt, der ist leider nichts für mich. Einfach Farbschema. Nicht meins. So. Letztes Produkt. Ja, dann ist die Box leer. Ist auch was von XX Revolution? Ja. Und zwar ein Priming Serum Cloudburst. Okay, also ähnliches Packaging wie der Lip Gloss gerade. Ich habe noch nie was von XX Revolution, glaube ich, gehabt. Ich habe schon einige Marke von Revolution durchprobiert. Aber XX Revolution gehört. Ich habe mir gerade meinen Lip Gloss aufs T-Shirt geschmiert. Wow, Sassi, ja, es ist Lip Gloss. Der trocknet nicht. Ich liebe mein grünes T-Shirt. Warum? Weil ich dumm bin. Weil ich dumm bin. Deswegen. Gut. Hoffen wir einfach mal, dass das rausgeht. Es ist ja nur Lip Gloss. So, ich finde total spannend, dass ein Primer in irgendwie dieser Verpackungsart kommt. Wir gucken mal. Kennen wir diese Art von Primer? Wo halt Kükelchen drin sind, die dann aufplatzen. Das müssen wir auch ausprobieren. Jetzt brauche ich aber ein Handrücken frei. Nehmen wir mal den anderen Handrücken. Jetzt hier auch mal was? Oder kann ich ja lange pumpen, wenn das alles auf der anderen Seite ist. Hier gibt es nicht so einen langen... Ah, jetzt. Jetzt. Okay. Negativ ist, oh, es läuft, dass hier nicht so ein langer Schlauch oder irgendwas drin ist. Das heißt, man muss den wirklich so halten, damit der pumpt, dass es nicht so ganz durchdacht. So sieht es gerade aus. Also man sieht, diese Kugel ist jetzt zerplatzt. Und dann schauen wir mal. Ich reibe das jetzt einfach mal großflächig hier ein. Ist der parfümiert? Also wenn nur ganz leicht. Ich sehe erst mal... Ist da Schimmer drin? Ne, ich würde sagen... Ich weiß nicht, ob man da mehr von diesen Kükelchen braucht, damit die platzen. Um da mehr Effekt zu sehen. Ich sehe jetzt gerade nicht so viel Effekt. Es fühlt sich sehr kühl und ein bisschen klebrig an. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Einen Negativpunkt habe ich schon, weil hier oben ist auch genau diese Luftblase. Und wenn ihr das halt wirklich irgendwie nur so macht, dann... Ihr müsst diese Luftblase wirklich nach oben arbeiten. Also am besten... Wenn ihr den habt, dann stellt ihr es am besten so hin. Damit quasi... Ah, aber nee. Oder pumpt der das auch runter? Ich sehe hier so ein Dingsi. Und ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich schon ein Stück runtergegangen. Also wahrscheinlich pumpt der das auch runter. Okay, dann kommt ja das doch automatisch. Aber man muss trotzdem so ein bisschen gucken, dass vielleicht diese Luftblase nicht ganz oben ist. Aber okay. Finde ich auch gut. Werde ich auch definitiv ausprobieren. Ob es lange bei mir bleibt, wissen wir nicht. Und ich habe einen roten Flair. Es triggert mich halt hart, ne? Ja. Also der... Es ist wirklich ein Lipgloss. Der trocknet auch nicht. Wie man hier ganz schön sieht. Ich mache mir gleich mal die Hände sauber. Es ist aber eine schöne Farbe. Und ich glaube, die könnte man zur Not auch so ein bisschen als Rouge abwandeln. Ja. Ich mache mir mal den Handrücken sauber und dann gehen wir in die andere Tüte. Für die habe ich ja den Zehner bezahlt. Fazit zur ersten Tüte. Zwei von vier Produkten gefallen mir. Ein drittes bin ich noch unschlüssig. Ich glaube, ich habe so eine Farbe tatsächlich da. Deswegen geht es weiter. Und das geht definitiv weiter. Faktisch gesehen bin ich hier jetzt nicht so traurig drüber. Weil ich habe es umsonst bekommen. Deswegen ist es okay. Für umsonst sind zwei Produkte, die mir auf jeden Fall gefallen, spannend. Ja. Muss man mal sehen. Man merkt halt, Revolution schmeißen die immer relativ viel raus. Das war jetzt auch bis auf das Vibo-Teil. Und die machen da wirklich immer oft so Vibo und sowas rein. Und Revolution und Mayani. Also das sind so die Produkte, die da immer relativ hier drin ist. Die zweite Tüte ist schon ein bisschen in der Mitleidenschaft gezogen. Die ist aber komplett aus Pappe und hier oben nur zugetackert. Gucken wir mal rein. Für die habe ich, wie gesagt, 10 Euro bezahlt. Und das erste, was wir haben... Oh, von Sophie. Ja, cool. Was willst du? Ein Lippenstift? Ich mag Sophie total. Softdoss Life heißt sie, glaube ich, hier auf YouTube. Das ist eine britische YouTuberin, die ganz viel mit Revolution tatsächlich auch zusammenarbeitet. Ich habe von ihr auch eine Palette. Die hat schon mehrere Kollektionen mit Revolution gemacht. Was natürlich in Großbritannien deutlich einfacher ist, weil sie dort ansässig sind. Und das erste, was ich hier habe, ist, glaube ich, ein Lippenstift aus einer ihrer Kollektionen. Die eine heißt nämlich Soap X. Und genau, der sieht relativ schlicht aus. Ganz niedlich, aber auch für die Handtasche. Und wir gucken mal, die Farbe heißt Fatsch. Oh, das ist ein richtig schönes Braun. Oh, das gefällt mir. Das behalte ich. Ich versuche gerade auch wieder Lippenstifte mehr zu tragen. Ich habe jetzt gerade auch einen tatsächlich drauf. Den habe ich halt jetzt eben tatsächlich aufgefrischt. Das ist einfach so. Ich mag Soph so sehr. Die macht so viele YouTube-Test-Videos. Also kann ich euch sehr empfehlen. So, das nächste, was ich sehe, ist was von Revolution. Ein Creamy Eyeshadow. Und zwar Eyelustre Brass. Wahrscheinlich in einem roten. Ich bin sehr gespannt. So eine Monos bin ich ja eigentlich kein Fan von. Warum ist da unten noch so viel Platz? Alles klar. Das sieht jetzt erstmal vom Packaging so aus. Ich bin halt ganz ehrlich, solche Monos sind halt leider nichts für mich. Ich weiß aber, dass ganz viele die mögen. Ich werde den jetzt mal nicht swatchen. Die Farbe ist super schön. Aber ich bin halt kein Monomensch. Ist so ein schönes Kupfer, was wirklich sehr schöne goldene Schimmerelemente drin hat. Also ich glaube auch richtig... Ich möchte da eigentlich doch mal rein. Wenn ich das... Nee. Nee. Nein, nein, ich gehe nicht rein. Sassi, nein. Das kommt vielleicht mal an ein Verlosungspaket. An sich ein cooles Produkt. Aber wie gesagt, nichts für mich. So, next. Die Tüte ist ein bisschen mehr gefüllt. Uh, da unten sehe ich Nutterplatten. Okay, das nächste, was wir hier haben, ist von Planet Revolution. Das ist so ein bisschen ihre grüne Reihe, sage ich mal. Das ist in so einem kleinen Säckchen hier. Und was bist du? Rose Kiss Lip Set. Lip Scrub and Mask. Ich habe eine Lippenmaske von Revolution, die ich jeden Abend auftrage. Und die ist kein Stück leer geworden gefühlt. Und das ist genau die gleiche Pöttchenart. Wir gucken mal kurz. Das heißt, eins davon wird auch definitiv wahrscheinlich an euch weitergehen. Also, das eine ist ein Scrub und das andere ist ein Masky Lippenmaske und Lippen Scrub. Also das Rosane ist die Maske. Das Grüne, äh, nee, das ist die Scrub und das ist die Maske. Ähm, coole Idee. Kann man auch super natürlich zusammen verwenden. Ich gucke mir mal das Scrub an, weil das interessiert mich tatsächlich mehr. Es ist genau die gleiche Verpackung wie meins. Und meins ist, ich muss lügen, es ist bestimmt anderthalb, zwei Jahre alt. Und gefühlt habe ich nichts davon benutzt. Ähm, ja, aber das wird definitiv bei mir bleiben. Ist so eine Weißpaste. Ui, doch, 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 das könnte Scrubben. Ich weiß bloß nicht so richtig, wie ich da reingehe, um das auf meine Lippen zu kriegen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist das Zuckerpeeling oder was bist du? Das andere mache ich jetzt nicht auf, weil ich denke, wie gesagt, also wirklich ist es genau das gleiche Pöttchen. Und man sieht keinen Unterschied zu meinem. Und ich habe schon so viel benutzt. Ich benutze dieses Pöttchen, ungelogen. Von 365 Tagen benutze ich das 330. Also sagen wir an, 30 Tagen habe ich es nicht dabei, weil ich im Urlaub bin, weil ich es mal am Abend vergesse. Aber ich benutze es so gut wie jeden Tag. Und es wird nicht leer. Es wird einfach nicht leer. Aber das pflegt so, so gut. So, sorry, da ist der Akku kurz alle gewesen. Ähm, also. Ich kann euch wirklich die Lippenmasken von Revolution empfehlen. Erstmal halten sie ewig. Und nein, ihr müsst sie nicht nach, was steht hier, zwölf Monaten wegschmeißen. Sie funktionieren immer noch. Ähm, ich mache die wirklich abends drauf. Auf die, ne, das ist mein letzter Step in meiner Pflegeroutine abends. Und ich mache das nicht mit dem Finger, weil dafür sind diese Pöttchen, finde ich, also, das ist der Nachteil an diesen Pöttchen, dass du das halt mit dem Finger machen müsstest. Ich habe einen Lippenpinsel, den ich dafür benutze. Der ist auch wirklich nur dafür da. Und ihr wacht am nächsten Morgen mit so schönen gepflegten Lippen auf. Und das hält bei mir dann auch über den ganzen Tag. Und ich habe dann nicht das Problem. Ich merke immer, wenn ich es vergesse, dass ich am nächsten Tag, wenn ich Lippenstift und sowas drauf habe, oder Liquid Lipstick, dass meine Lippen dann relativ schnell crusty werden. Wenn ich das am Abend vorher quasi gemacht habe, habe ich den ganzen Tag Ruhe. Mega gut. Ihr braucht keine teuren Lippenmasken. Das heißt, die wird auch mal an euch weitergehen. Die werde ich erstmal ausprobieren und euch dann Feedback geben. Weil ab und an eine Lippenmaske ist tatsächlich ganz schön. Ähm, Lippenpeeling. So. Letztes Produkt. Plupp. Ist hier so ein kleines Set. Auch von Revolution. Und hier scheinen zwei Lidschattenpaletten wahrscheinlich drüber zu sein, oder? Also Revolution. Also von der normalen Revolution-Magen. Kitu-Lek Blend Kitu-Lka. Okay. Ähm, also... Ne, ich mache es erstmal auf. Es scheint ja sowieso schon so hart. Chor. Es sieht aus wie so eine kleine Schublade. Also man sieht das hier, glaube ich, ganz gut. Ja, so sieht es ganz gut. Und jetzt muss ich wieder das Licht hier gucken. So. Okay. Und dann kann man die offensichtlich hier so irgendwie rausziehen. Und hat hier zwei kleine Paletten. So sehen die aus in Gold. Und guck mal. Mal habe ich auch noch nie auf der... Gesehen. Wir haben einmal warm und einmal cool. Also das steht hier drauf. Schauen wir mal. Okay. Ich bin kein Fan von länglichen Fändchen. Bin ich euch ehrlich. An sich eine ganz schöne Palette. Ja, es ist auf jeden Fall eine warme. Wir haben vier Matte und zwei Schimmertöne. Ich lasse jetzt mal auf das Papier dran. Weil ich nicht möchte... Also die wird weitergehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin nicht der Fan. Und die ist mir auch zu... Dafür sind mir die beiden Farben tatsächlich zu nah dran. Das Rot sieht mega aus. Das ist das Einzige, was mich richtig anspricht. Und auch der Schimmertöne. Also die beiden Schimmertöne sind auch schön. Wir gucken mal in die cool rein. Ich zeige mir die ja ein bisschen mehr zu. Die haben aber natürlich beide eine sehr schöne Größe zum Mitnehmen. Okay. Cool hat auch eine interessante Farbkombination. Aber hier muss ich jetzt gleich meckern, weil die Farben sehr ähnlich in der Mitte aussehen. Wir haben hier Grün außen. Das finde ich... Also die beiden hier finde ich sehr schön. Das ist wieder der Matte-Ton und der Schimmerton. Die sind richtig schön. Die wirken sehr identisch. Zu denen... Und auch der Äußere wirkt sehr identisch. Ich versuche die jetzt mal nebeneinander zu halten. Wartet mal kurz, damit ihr mal den Vergleich habt. Ja, sie sind. Das eine ist wirklich warm und das andere ist kalt. Aber ich glaube, ihr seht jetzt gleich im Gemeinsamen, was ich meine. Seht ihr das? So die... Das Farbschema... Ich und der sieht das Licht, ne? Warte mal. So. Das Farbschema ist sehr identisch, ne? Man sieht es, glaube ich... Ja, das ist wirklich kühl und das ist warm. Das unterschreibe ich auch eins zu eins. Aber wenn wir jetzt mal die hier abdecken würden, sieht es sehr identisch aus. Und das finde ich ein bisschen schade. Da hätten sie mit unterschiedlichen Farben spielen können. Das finde ich persönlich ein bisschen doof. Weil die... Also die braunen Töne, die Abstufungen von dunkel zu hell in diesem Dreier-Schritt sind super ähnlich. Die Schimmertöne sind bei beiden Paletten super schön. Also das kann ich nicht anders sagen. Und während es jetzt nur die Schimmerpaletten... Äh, nur die Schimmertöne würde ich das... Wären die beiden hier drinne, würde ich die sofort nehmen. Hast du das überlegt schon, die Palette kaputt zu machen? Weil dieses Grün, das spricht mich total an. Und das Rot hier oben auch. Also das gefällt mir eigentlich richtig, richtig gut. Aber diese braunen Töne sprechen mich nicht an. Deswegen denke ich, entweder gemeinsam oder einzeln würde ich die weitergeben. Ich meine, die sind ja so ein bisschen als Set auch in dieser Schublade, sage ich mal, hier drinne. Deswegen kann man die natürlich gut miteinander mixen. Aber gerade da habe ich dann wirklich zu meckern, warum so ähnliche Brauntöne? Dann doch lieber in der zweiten irgendwie mit anderen Farben. Mit Orange meinetwegen oder so. Also dieses zweimal, dieses Dreier-Set am Braun gefällt mir persönlich jetzt nicht so. An sich aber von der Idee her nicht schlecht. Aber das ist so Revolution. Manchmal denken die das nicht so zu Ende. Die schmeißen aber auch so viel in so kurzer Zeit immer raus. So, wir fassen nochmal zusammen. In der Box für 10 Euro hatten wir die hier drinne. Wir hatten den Lippenstift von Sove drinne. Den werde ich definitiv behalten. Wir hatten einen kupfrigen Creme-Lidschatten, der auch weitergeht, weil es nicht meins ist. Und wir hatten von Planet Revolution das Lippen-Set mit Peeling und Pflege. Das finde ich gut. Wie gesagt, das Peeling werde ich behalten. Pflege habe ich selber noch da. Vielleicht tausche ich die auch mal aus. Allerdings ist meine halt auch noch gut. Ich will meine eigentlich nicht wegschmeißen, nur weil ich eine neue habe. Deswegen würde ich das eher mal weitergeben. Ich finde hier auch das Säckchen tatsächlich sehr, sehr niedlich. Ja, also deswegen packe ich das jetzt auch gleich mal hier rein. Genau, das wird bestimmt mehr als 10 Euro hier kosten. Keine Frage. Ja, also wir werden den Warenwert hier schon rauskriegen. Allein wahrscheinlich der... Ich muss jetzt mal den Lippenstift von Sove mal kurz swatchen. Oh ja, guckt euch mal diese Farbe an. Der hat so einen richtig schönen Schein. Der gefällt mir gut. Den finde ich richtig gut. Faktisch gesehen aus der Box, diese beiden Sachen bleiben bei mir. Der Rest wird weitergehen. Ich bin jetzt ehrlich, so bei dieser Weidentitztags Mystery Box, die ich da jetzt bestellt habe, die ich für dich 10 Euro bezahlt habe. Ja, hätte nicht sein müssen. Werdet ihr wieder was von haben. Ich glaube, die ist auch irgendwie in Kombination mit irgendjemandem entstanden. Wahrscheinlich wieder mit einem YouTuber. Wahrscheinlich gibt es auch eine, die irgendwie Kito-Leg oder sowas heißt. Was halt das Schöne bei Revolution ist, dass sie Security Free sind. Das ist wirklich schön. Es wäre halt interessant, wenn es... Also cool wäre halt, wenn die nicht verklebt werden, die Töne. Und man die hier wirklich individuell rausholen könnte, ne? Weil dann würde ich mir die einfach zusammenstellen. Würde ich ja einen Braunton wahrscheinlich rausnehmen. Und hier einfach noch die Rottöne einarbeiten. Das ist wirklich so ein bisschen mein Problem, weil dieses Grün und dieser Schimmergrün und das Rot... Weil, ey, ganz ehrlich, so einen Rotton finden wir so selten. Das ist schon ein richtig tiefrotes, so ein richtig schön rotes Lippenstiftrot quasi. Und der Schimmer ist halt auch total schön. Kennst du? Key Melted, Smoky... Okay, überall Key davor, ein K davor. Heatwave, Scorch, Fever, Smoky... Man kann damit auch bestimmt richtig schöne Looks machen. Keine Frage, ne? Also mit einem Braunton so ein bisschen außen die Grundfarbe setzen, mit dem Rot vertiefen. Und dann halt den Schimmerton aufs ganze Lid und dieses Heatwave außen hin machen. Und genauso mit dem Grün, ne? Also man kann damit was machen. Aber was mich halt stört ist, man kann damit gefühlt einen Look machen. Vielleicht zwei. Einmal mit dem Grün so ein bisschen intensivieren. Oder halt so einen nudigen Look mit dem Bereich. Und das war's dann. Und das finde ich ein bisschen langweilig. Klar, wenn man die nur ein bisschen kombiniert, kann man nochmal ein bisschen mehr machen. Aber ist ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Und das ist so... Da hätte man mehr machen können. Dafür sind sie zu nah beieinander für ein Set. Das ist das, was mich eigentlich stört. Einzeln, okay. Aber als Set, schade. Ich freue mich sehr auf die... Auf die freue ich mich so sehr. Oh mein Gott, ihr habt gar keine Ahnung. Ich muss jetzt mal noch... Ich swatch jetzt mal 1,12 haben, ne? Weil... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt euch die an. Alter Schwede. Und der hat... Oh, der hat auch ein Schiff drin. Also die haben alle so einen... Die Schimmertöne, die beiden hier, haben so ein Schiff drin. Ich versuche euch das mal. Wie kriege ich denn das hin? So sieht man... Ja, doch. So sieht man das, glaube ich. Ins Rosane rein. Oh, ins... Dieses Kühle, ne? Oh mein Gott. Ich liebe sie. Ich liebe sie jetzt schon. Ich bin so lange drum herum geschlichen, ne? Und habe immer überlegt. Ich hatte mir ja den Adventskalender von Revolution und Game of Thrones geholt. Und der war so eine Enttäuschung. Problem war, ich hatte euch das auch eigentlich ausgepackt. Ich habe das Video aus Versehen von der Kamera gelöscht. Weil ich dachte, ich habe alles runtergezogen. Hatte ich nicht. Und dann hatte ich die schon zurückgeschickt. Ich hatte die auch nicht geswatcht, die Sachen da drin. Und dann wirklich nur ausgepackt, weil ich schon beim Auspacken gemerkt habe... Und es waren halt wieder mal bei dem Adventskalender Sachen extra für den Adventskalender. Und nicht die Kollektion an sich. Was ich immer nicht verstehe. Pack doch die Kollektion da rein. Weil die Kollektion an sich ist so cool. Ich habe mir auch einen der Lippenstifte, der Liquid Lipsticks von denen geholt. Und der ist so schön dunkel. Ich liebe den. Und jetzt die... Oh, ich meine, guck mal auch. Das Packaging. Das ist so schön. Das sind die Töne. Die sind ja auch nochmal richtig schön. Die swatche ich jetzt mal. Oh mein Gott, ja. Also Leute. Guckt sie euch an. Oh mein Gott, wie schön diese Farben sind. Ich freue mich. Also das ist für mich gerade auch das absolute Highlight. Diese Palette. Genau. Ich packe euch den Ding zu Pink Panda unten rein. Guckt gerne mal vorbei. Weil ihr könnt da wirklich auch viele polnische Marken kaufen. Ich habe euch ja... Ich zeige euch am Wochenende, glaube ich, das Full Face polnische Drogerie mit wirklich... Oh Gott, das Blau ist so krass. Ich kriege es gar nicht ab. Genau. Wo ich euch halt dann zeige, was ich in meinem Polenurlaub auch an Drogerie-Make-Up mitgenommen habe. Und ich bin sehr gespannt auf die Sachen, die ich mir jetzt noch geholt habe. Auf diese Drops bin ich auch gespannt. Kommt Leute, die machen wir auch nochmal schnell auf. Jetzt kommt was. Es wirkt gar nicht so glowy. Vielleicht mache ich das nicht auf meinen richtig glitzernden Handrücken, sondern ich nehme mal die andere Seite. So. Ah, doch, doch, doch. Ich sehe. Aber das ist so ein ganz dezenter Schimmer. Ich glaube, das könnte gut werden für eine Foundation. Also es ist so dieses Purlige, was glaube ich... Ich glaube, das kann man auch eins zu eins als Base benutzen, weil das hat so eine richtig schöne... Das ist dieses Glaskin. Also das ist Glaskin at its best. Und ich kann mir wirklich vorstellen, in der Foundation sieht das bestimmt richtig gut aus. Aber auch einfach so. Also gerade wenn ihr vielleicht keine richtige Foundation oder vielleicht nur so eine kaum deckende tragen wollt. Und dann das drunter oder eben das reinmixen. Uh, da bin ich gespannt. Da kriegt ihr auf jeden Fall ein Feedback von mir. Allein das gefällt mir schon gut. Ich glaube, den kann man auch gut als Highlighter zur Not machen, weil der ist wirklich dieses... Das ist für mich, also das sind meine beiden Highlights vom Video. Vom Video, vom Einkauf. Ich bin gespannt auf den Primer. Den werde ich nochmal weiter testen, wie der jetzt nun wirklich performt. Genauso wie den Lipgloss, der ja so ein bisschen gerade bei mir dupe Charakter hat, was Maybelline angeht. Auf den Lippenstift bin ich auch gespannt. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Die Nix-Produkte probieren wir ja gemeinsam noch aus. Ähm, Lippenpeeling bin ich sehr gespannt. Auf den Blush freue ich mich. Ich muss meine Schublade... Ich glaube, ich werde meine Schublade heute mal umräumen. Ich räume ja einmal im Monat meine komplette Make-Up-Schublade aus. Pack neue... Also packe meine Vorratssachen rein und sortiere neu durch. Bei dem Ding bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich bin gerade wirklich fast erstickt. Aber irgendwie ist es trotzdem, glaube ich, habe ich das Gefühl, an den Händen, wo ich es draufgesprüht habe, hatte ich wirklich diesen... Also es hat einen ähnlichen Effekt auf den Händen und auf der Haut dann, glaube ich, wie eben dieses Gagné-Spray. Es hat halt nur Lichtschutzfaktor 30 und natürlich könnt ihr jetzt nicht so viel draufsprühen, dass es einen kompletten Lichtschutzfaktor 30 gibt. Da müsste man sehr viel draufsprühen. Aber so zum Auffrischen tagsüber ist es, glaube ich, vielleicht eine gute Sache für die Handtasche. Was ich halt hier ein bisschen weird finde, das zeige ich euch noch, ist hier der Deckel und dann ist hier nochmal ein Deckel. Also wo ich mir so dachte, zwei Deckel? Kann man sich da nicht einmal Plastik sparen? Aber gut. Ja, genau. Und bei dem Ding bin ich auch sehr gespannt. Also ich werde jetzt einiges gleich mal in meine Make-Up-Schublade einsortieren und gleich mal neu quasi machen. Freue mich. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn, wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal da, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier meine Playlist mit den Hauls. Hier geht es zu meinem Kanal zum stillbaren und abonnieren. Und hier findest du, hier, das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgentag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Ciao, ciao!